Das sind so Mamas oder Omas Handys, okay? Das ist so, wenn man noch so eine Klappe hat, die man so aufmachen kann und zumachen kann. Sie liebt das, weil sie macht dann eins, zwei und... Dann macht sie ihren Code. Nein, ich habe Face-ID. Ja, ich weiß, aber manchmal geht es nicht. Also, dann macht sie Bilder, so, also auch wenn das dabei ist. Dann kommt sie zu mir und sagt Davina, worum geht das nicht? Ja, frag mich nicht. Wie mache ich ein Selfie? Vielleicht haben wir ja einen an der Waffe. Wenn wir dich nachmachen, dann geht den ganzen Tag nur so. Wann gibt es Essen? Ja? Was machen wir heute? Wollte ich gerade sagen, machen wir heute. Sind wir im Urlaub? Wie lange fahren wir noch? Wurst an Eier. Oh, ich bin so müde. So, da bist du. Da bist du.